Und was, das, was ich nicht aussprechen kann, ist der gute Kuban, der Rest ergibt sich ja von selbst. Bei den Wolves haben wir den Herden, dann Nico, SMF, Glaive und Hundela. So, und wir sind in die Pistol. Und nach der Runde muss ich direkt nochmal retryen, damit dieses hässliche Balkending da weg ist. So, Neo kennt man ja an der Rampe. Ich fährt gerade auf, dass ich noch nie auf Nuke gesehen habe. Hey, jetzt hat das Blinded auch mal funktioniert. So, waren wir nur ein kleiner Fake. Noch mal richtig blind, der Halle. Tess nimmt nur einen mit. Boah, krass Runde. Habe ich gar nicht richtig mitbekommen, was die der Halle gemacht haben. Auf jeden Fall Rampe kurz angerannt. Neo war zwar eh allein, und dann Halle einfach rein und uns sind einfach die Frags nicht gefallen. Ich glaube die 0 war es. Ich wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Spattel. Ich dachte, ich habe die neueste Version. Was hast du denn schon wieder geändert? Und warum kann ich hier gerade nicht auswählen? Jetzt. Jetzt aber hier. Alter. So, jetzt sind doch die Namen da. So, mal kurz einen Überblick verschaffen. Außen eine kleine Falle. Aber es sieht so aus, als ob sie Rampe gehen. Und nicht wundern, oben die Teams sind vertauscht. Natürlich ärgerlich. Ich habe gerade gelesen, dass Pasha gegen Nip der einzige war, der umgeschossen hat. Mal schauen, ob er das hier gegen die Dänen auch zeigen kann. So, ja. Also, wir seht es vielleicht... Boah, schöner Schuss. Wir seht es vielleicht, die GoTV-Viewer wagen noch ein bisschen rum und werden leider nicht korrekt angezeigt. Das ändert sich hoffentlich demnächst noch irgendwann. Ich muss sagen, die Position finde ich auch noch nicht so klug gewählt. Aber dann im nächsten Spiel mit neuer GUI-Version und dann ist die Anzeige, die zurzeit ja useless ist, dann auch weg. Nebenbei, ich spiele auch gleich noch an Nexus gegen Z-Nation. Dort könnte ich dann natürlich auch reinschalten, wenn das Spiel hier vorbei ist. Also, wenn es schnell vorbei sein sollte. So, die Wolves spielen was schnell über außen. Gucken wir mal, der Tee darf schon zusammen mit Neo. Boah, da kriegen sie aber den Frag nicht. Boah, da wurde Tess gut abgefuckt da außen. Jetzt geht mein Stream wieder an hier. Großes Kino. So, und du weißt, dass da noch außen einer ist. Der Tee weiß ich nicht auch. Schön high gegen Neo. Boah. Krasser Shot von Niko. So, damit... Ey, die haben die Teams getauscht, oder? Jo, nice. Also, jetzt stimmt's auch unten die Anzeige. Brauchen wir uns nicht mehr verwirren lassen. Ihr C-Hatet Geld und das geben die natürlich direkt aus, um hier Waffen zu kaufen. Pasch mal mit dem 4 außen. Scheint aber richtig zügig Halle zu gehen. Tut's auch. An Lutsch fällt. Pasch mal mit dem Main. Tess am Spot 2 immerhin gemacht. Neo kommt über den Schacht. Kuben schiebt jetzt erst. So, Wombe noch nicht gelegt. Neo muss natürlich auch Schacht aufpassen. So, jetzt geplantet. Kuben ist immer noch ganz spät da. Pasch mal nimmt er ein bisschen ab. Neo wird jetzt flächen. Kuben vielleicht noch. Ne. Keiner mehr. So, sehr schöner Retag bisher. Nur noch Nico im Vorraum. Mit AWP sogar. Krasser E. Dann will er den Bank versuchen. Oh, da wird er schön gedeckt, der Defuser. Sehr schön gemacht von Pascha. Ermöglicht also den Main durchzuziehen. Sogar ohne Kit. Kein einziger von ESC hat hier einen Kit. Das ist dringend nötig jetzt. Scheint auch geplant zu sein, dass da niemand einen Kit hat in der ersten Equipped Round. Vielleicht investieren sie das lieber in irgendeine Granate oder so. Leo, Lenz Jens, habe ich schon gesagt. Der Nexus hat gewonnen gegen Hawks. Mit 16.7. So, übrigens direkt wieder diese Target Area da. Oh, den packt echt noch ein bisschen rum. Boah, schöner Gobi, die mit... Loll. Hab ich mitgekriegt. Boah, nein. Jetzt muss er da leider schießen. Wenn er nämlich nach rechts gelaufen wäre, hätte er da jetzt, glaube ich, T.S. gesehen. Boah, bitter. Bisschen Unlucky für Kuh... äh, banana-kuchen. Für Pasha vielleicht. So, sie sind gerade unter Kat. Boah, haben sie geboostet. Boah, dort hat er eigentlich gut vorgeaimt. Aber SMF hat den Frag gemacht und jetzt auch Kat gestorben. Leo steht aber noch unter Kat. Bumme wird leider schon gelegt. Komische Pose da auf dem T-Rot. Aber die Runde ist fast noch unmöglich, äh, fast unmöglich zu holen. Mit Kat können sie nicht hoch. Ja, Leo macht doch keine Anstrengung, da über dem Vorraum irgendwas zu machen. Also die Waffen werden sich sparen. Sehr komisch, was, äh, Pasha da außen gemacht hat. Irgendwie hat er das nicht mitbekommen, dass so Spiele über die Main gedroppt sind. Wie gesagt, wenn er den T-Aus nicht gespottet hätte, wäre, glaube ich, einfach hier rausgeschlichen und hätte dann da T's gesehen und die, ich weiß nicht, ob die da hingeguckt hätten, aber vielleicht hätte Pasha da ein, zwei gemacht. Und die Runde sähe ganz anders aus. Also ein bisschen unglücklich. Gelaufen alles. Frage umlaufen, ob ich dann Maus zeige. Natürlich. 22 Uhr, Maus gegen Cobb Megan Wolves. Und davor noch ISD gegen Hawks. Das sind die drei Spiele, die ich da übertragen werde. So, die beiden gesaveten Waffen. Eine außen, da wird aber nichts kommen. Das könnte sogar aufgehen. Wenn Neo jetzt seinem Maid eine Waffe schießt. Sehr schön. Und Tess hat die Waffe bekommen. Das er mit Low-HP überlegt. Das ist halt ein bisschen unglücklich, aber passt schon. Dafür hat man jetzt zwei Waffen. Wieder jetzt Rampe. Und wenn Tess jetzt noch einen mitnimmt. Boah, sehr schön. Kuben ist zur Stelle. Jetzt kann Neo vielleicht nochmal hochziehen. Macht er auch. Sehr schöne Reefing von Neo. Und da kommt Lot von hinten. Unglaublich gute Eco. Sehr schön gemacht. Hat sich komplett ausgezahlt, was sie sich da dabei überlegt haben. Auch schön gepusht von den Mates. Vielleicht nicht ganz so eine kluge Entscheidung von Wolfs, dann da auf die Waffen zu gehen. Aber ESC bleibt so mit dem Spiel. Mal passen jetzt mit A bei außen. Da wird aber nichts zu tun bekommen. Oh, die Halle. Schon erfolgt. Boah, Tess sieht da nicht gut aus. Hat gestern schon nicht so welches gespielt. Boah, Glück von Pasha. Dass er die Arme nicht verliert. Super wichtig. Boah, rechts ist er. Aber der verwirft uns gerade Molly. Baum ist noch nicht gelegt. Da springt der gute Pasha rein. Äh, Pasha hat der Huben. Mann, das ist echt verwirrend, wenn die nicht ihre Nicknames drin haben. Neon nutzt da ganz gut die Smoke. Sehr schön, der Laufweg von Kumen. Kommt der bei unten und holt die AWP, bringt sie Pasha mit. Ganz wichtig. Aber die Tess wissen das jetzt. Mal schauen, ob sie den Move außen spielen oder ob sie es komplett ignorieren. So sieht man hier jetzt nicht. Vielleicht wird Pasha mit First Back belohnt. Okay, der Tess extrem weit hinten. Den Nico. So, hier ist wieder der Go über Tür. Äh, über. Boah, schade. Aber Loth hat doch die Main Save. Wir attacken aber unter Cat. Hat auch rechts die Steps noch gehört. Sauber. Neon hat da gut geholfen, der Cat. Zwei jetzt noch im Vorraum, einer nach außen. Tess geleitet hier, glaube ich, müssen durch die Kante. Jo. Den Bug kennen wir jetzt mittlerweile auch schon. Oh ne, um entscheidend sich auch richtigerweise dazu, runter zu gehen. Loth pusht auch schön von hinten. Damit rechnet die Tess noch keinen Meter. Sehr schön. Und Neo auch gute Position unten. Tess am Schacht. Also wenn sie jetzt hier nichts großartig mehr erlauben, dann... ...sollten sie die Runde gewinnen. Boah, schöne Schuss. Ja, Schuss. Und Neo macht's unten. Vier zu vier der Ausgleich. Schönes Mini-Cupback von ESC. Huh? Er hat's echt nicht mehr geschafft, in die Arbeit zu kommen. Oder Pasha wollte sie nicht, weiß nicht. Ich mein, sie wirklich gebrau... Also brauchen tun... ...haben sie... Also gebrauchen haben... ...tun sie sie jetzt nicht. Ich krieg den Satz nicht zusammen. Delay? Ich hab kein Delay im Stream. Also natürlich ein bisschen... Delay ist natürlich immer da, aber jetzt kein eingestürztes Delay. Boah, egal, der Spray. Ach, schade. Sprühe zwei kaputt. Sprit macht er mit USP-Headshot. Schön geaimt am Ende. Und Tess macht's da durch die Wand. Gibt ihm sogar... Ne, es kein Headshot ist. Und das ist... Bang-Symbol. ESC geht's erst einmal in Führung. So bauen wir wieder über außen auf. Oh, wie ist es? Hier hat, glaube ich, Vorraum... Ja, haben Vorraum gepusht. Fürs Weg Willkommen, Pasha, der viele Steps... So, und wer ist unten? Wir schieben ihn jetzt erst runter. Nette Pose von Lord. Boah, ist sauber. Schöne Pose da genommen. So, mit der AWP machen sie auch nicht wirklich was, die Wolves. So, der ist noch in der Halle. Er ist da grad Schachtdruck gefahren. Lord. Wir wissen, dass es an der Tür auch einer ist. Wollte grad die HE abbrechen. Und Lord legt da gut ab. Uiuiui, der hat... Guck mal, was lang gebraucht hat, um den Effekt zu setzen. Schöner Frag. Boah! Schöne AWP von Nico. So, beide in der Halle. Beide ESC-Spieler. Schönes Timing von Lord. 6 zu 4 bringt auch doch die AWP nochmal mit. Für Pasha. Wo steht der Comment nicht, Lollipop, aber egal. So, jetzt lassen sie Pasha wirklich hier... ...komplett außer Acht. Und dann nehmen wir schon in der Fallkrieg zurück. Uiuiui! Einen übers Schacht gekommen, über Halle. Da kam die Ansage anscheinend nicht. Und das ist nur ne Diege-Eko. Oder Glocks halt. Oh, zwei ESC. Wir blocken sich da im Schacht. Flächen sich da zu Tode. So, Pasha kann vielleicht die Bombe machen. Boah, da wurde sich safe gelegt. Schade. Da musste Pasha lange überlegen, wo er hinschießen muss. Merkt man natürlich auch ein bisschen... ...die mangelnde Erfahrung in dem neuen Spiel. Mal schauen, ob sie den Retake durchkriegen. Einer haben Toxic noch ne richtig... Warum rennt der denn davor? Was machen die denn? Warum gehen die denn noch fragt, bevor sie... ...bevor die Bombe überhaupt undefused wird? Versteh ich nicht. Trotzdem, der recht erfolgreiche Echo. So, jetzt rennen sie tatsächlich gegen Pasha an. Oh ne, ESC haben wir schon wieder mit nem Busch. So, sie rennen außen durch. Pasha hört das wieder. Geht wieder die Ansagen durch. Neo direkt wieder unten. Lort im Schacht. So, Lort hat da auch den Schacht. Kommen wir über das Fenster. Zwei Mann dort. Wo ist der Rest? Geht jetzt auch Rampe hinter. Rampe? Wer deckt da da? Pasha? Boah, schöner Schuss. Sehr schöner zweite Frack. So, Lort jetzt vielleicht schon hinten. Macht da noch nicht. Und... Nico, wieder mit AWP... Warum kaufen die überhaupt AWP? Wenn sie solche schnellen Ghosts dann über außen spielen, verstehe ich nicht ganz, was die AWP bringen soll. Wenn sie nicht mehr irgendwie langsam aufbauen und nur First-Track setzen. So, und da steht's noch 8 zu 4. Also, Cobb-McWolfs gar nicht so stark, wie ich finde bisher. Aber vielleicht ist hier auch einfach eine Nummer zu groß für die Dänen. So, wieder ein schneller Halle-Go. Lort mit dem ersten beiden, Tess mit einem, Tess mit zweien. Wieder die AWP als letzte und er macht keinen, stirbt gegen Pasha. Also mit den Halle-Go's haben sie jetzt mittlerweile keine wirklichen Probleme mehr. Auch Tess zieht da ein bisschen was weg. Neo-Kart ein bisschen arbeitslos da an der Rampe. Kommt kaum was zu tun. Aber egal, solange sie hier gewinnen. So, jetzt wird endlich mal ein bisschen gekämpfter mit der AWP. Boah, schade. Aber hat Black-Hit, Black-Shot gegeben. Oder Arm-Fuß-Nagel-Fingernagel-Hit oder sowas. Hat's auf jeden Fall kurz geblutet. Also die Wolfs sterben jetzt auch alle Einzelnen weg. Schöner Bouncer. Sauber. Und der verreckt auch Zins-Fier und dafür, dass die Kopenhagen-Wolfs hier die Pistole gewonnen haben. Somit 3-0-Von-Lagen. Was, 4-0? Nee, die erste Krypton hat der ESC geholt. Ich glaube, die danach haben sie direkt wieder verloren. Also ESC gerade... 900 in Folge oder so. Das ist vielleicht die zehnte. So, Hundela holt sich da die Flash ab. Jetzt der Go in die Halle. Jetzt muss er rechts auch passen. Hinter sich. So, keine Chance. Lutsche verschoben. Also die Halle-Go's sehen aber auch nicht wirklich gut aus. ESC hat er mit null Probleme, die abzuwehren. So, jetzt nicht wundern. Die Obligatorisch in irgendwie 3 Sekunden Pause oder so zwischen dem Wechsel. Ja, oder auch weniger. Kann man, glaube ich, sogar einstellen. Tja, aber die Halbzeit war mal auf jeden Fall souverän. Jetzt bin ich gespannt, was die denen als City können. Schade, dass jetzt nochmal ein Reset kommt, damit der Score oben ein bisschen zunichte gemacht. Boah, die nutzen ich ernsthaft, Ventrilo. Krass. Oh, aber was auffällt. Nee, Moment. Doch, nee. Das würde keinen Sinn machen. Ey, jetzt hier muss eigentlich noch ein Bootcamp sein. Als andere würde keinen Sinn machen. Jetzt noch kurz vor der... Kurz vor den Copenhagen Games. So, schneller hat Goffin... ... ist hier in die Halle. Und auch die Runde sieht nicht gut aus. Sieht so aus, als ob sie die zweite Pistole hintereinander verlieren. Boah, Pusche auf der Jagd außen. Boah, jetzt doch noch einfach mal... ... die Runde gedreht zu einem 1 gegen 2... Boah, Nico kriegt der Headshot von... ... Neo war das, glaube ich. Boah, schade. Neo richtig low. Er teilt schon... Boah, 907 HP. Also er macht schon richtig viel Damage, der Deko. Aber es wird leider nicht reichen. Oh! Jetzt hat er den Fuß gesehen. Boah, schade, dass das keiner hier ist. Boah, er macht's! Alter, geil! Schöne Runde von Nico. Richtig schön runtergespielt. Ich wollte gerade sagen, der droppt da. Oder der fällt da runter. Aber hier ist tatsächlich noch so eine Lücke. Team da haben wir oben wieder verdreht. Ich hoffe, das wird gleich wieder gefixt. Also 11 zu 5 jetzt, der Spielstand. Nico hat Kokos genommen. So, es hier hat nichts gekauft. Oh, ich spiele da was kleines über... ...übers Dach. Über den... ...über den Felsenkasten. Pascha an der Rampe. Ich vermute, dass sie unter Cat laufen wollen. Hä, da fallen sie gerade wieder runter. Ach, ich glaube, weil sie außen gespottet haben. Ich vermute, das war der Anfangsgedanke in der Runde. Alle hochlassen, dann über Main-Dach und unter Cat. Sonst würde Pascha dann nicht so lange warten. Mal sehen, ob sie es jetzt trotzdem spielen. Aber eigentlich dürften sie dann... ...nicht durchkommen. Denn unter Cat... Was wird's gerade nochmal aus? So, Flashed für Glaive. Auch wirklich eine... ...sehr interessante Flashed, die man... ...die man in Goro auf jeden Fall, ähm... ...kennen muss. Dass man da aus der Halle in die Main... ...ääh, aus Flächen kann, richtig. Und sie spielt es tatsächlich unter Cat, so wie ich's gesagt hab. Och. Da richtig viel Schaden schon gefangen. Der Cat steht einfach noch zu gut da oben. Einfach alle möglichen Vorteile da, der Nico. Nur noch Buben stirbt. Aber dennoch, schöne Eco, zwei Waffen geholt. Nico. Oso. Zwei Waffen geholt mit Glock. Kann sich sehen lassen. So, was baut ESC da lustiges? Oh, Pasha flächt gleich in die Halle. Nummero eins. Nummero zwei. Aber kein Go. Bisschen seltsam. Wird nur ein bisschen angerannt. Und jetzt geht's Rampe durch. Schon da fake. Boah, Kuben gleitet da in den Gegner. Boah. Krasser Go. Not. Das war vom Timing auch ein bisschen async. Ich glaube, da hätte viel früher mal ein T rausziehen müssen. Und dann nicht so billig irgendwie dann am Ende noch einer in die Box laufen und ein bisschen Prefire irgendwie machen. Ich glaube, das war nicht ganz so geplant. An sich ja eine nette Idee, das als Fake zu spielen. Jetzt haben sie es auch verstanden, dass Pasha das saved. Oh, da stirbt er tatsächlich noch, weil er nicht die Ruhe weg hat. So, wenn man sich das Geld anguckt, ESC hat nichts. 11 zu 7 jetzt schon. Ich meine, 11 zu 4 war da die Halbzeit, ne? Ja. Boah, schön durchgefogen. Und natürlich macht Neo wieder einen Frag. Achte Runde für die Wolves. Okay, das ist jetzt wieder vorhanden. Mal sehen, ob wir nochmal dieselbe Taktik sehen wie eben. Natürlich in bessere Ausführung. So, wer war das für ein Taz? Woher? Hat er einen gebankt? Das ist zumindest eine Leiche. Kann gut und gern sein, dass er den am... Kett da beim... am Rüberlaufen geändert hat. Schön. So, außen müssen wir uns jetzt aufpassen gegen die AWP von Nico. Und er hat vorhin eine... vorzügliche AWP gespielt. Boah, diesmal verschießt er aber direkt. Aber das schöne Fläche ist gegen ihn. Das MF hat aber mehr gesehen. Und hat ein bisschen gelackt, keine Ahnung. Boah, da räumen sie außen auf. So, und sie suchen den Weg unter Kett wieder. Wie gestern. So, dann buchst du sie sogar wieder. Boah, aber auch SMF hat das Duell gewonnen. Also scheinbar ist der Move schon recht verbreitet da. Also recht bekannt. So, aber Hundela... Meins gegen zwei. Zwei Fläches hat er zwar noch. Passt ja keiner, warum noch mal gegen Flächen. Macht er nicht. Gib direkt die Schüsse ab. Und Hundela... Ach, sowieso low. Ja, schade, dass Nico da so viel verschossen hat außen. Ja, ruhig, reconnecte gleich. Man hat sie die ganze Zeit gar nicht drauf geachtet. Aber verstehe schon, dass es ein bisschen nervt. Ist natürlich blöd, wenn die... ...spieler, äh... ...Wüßdatz machen müssen. Und wieder Bands. Ein Mini-Hit hat Nico da grad bekommen. Und Glaive? Ist er runtergefallen? Oder hat Hilfe bekommen? Neu hat... Neu hat er... Neu hat er außen gehittet. Wollt schon sagen, hat er die Gegenbegst kassiert. So, jetzt stellen sie sich wieder für Halle-Go-Off. Neu-Flecht. Pascha-Flecht. Und wieder ist es... Ich verstehe nicht, warum da so spät einer rumzieht. So, jetzt scheint der Go-Off... Ja, diesmal geht's gut auf. Da ist keiner unter Cat. Und sie wählen auch den Weg über Cat. Boah, da ist frei. Schönes Teil von Lord. Neu kommt nach. Da ist schön gesmoked. Nico kann ja nicht zielen. Boah, vielleicht ein bisschen riskant von Lord, da rauszuziehen. Banks von unten. Den müssen sie töten am Spot. Sie haben grad die uhrliche Zahl. Boah, er macht aber der Frack. Pascha letzter über Main. Wo ist schon angesagt? Krass! Alter, Essay, was macht ihr denn? Und warum zieht Lord da nochmal raus außen? Hier an der... Am Cat. Eigentlich total unnötig. So, jetzt fixe Retrail. So, hier kommt von oben. Ach, schade. Ich werd grad zu ihm. Da ist er aber in dem Moment gestorben. So, unter Cat einer durch. Tess müsste das gewesen sein. Ne, Tess hat vor allem einen abgeschimmelt. Einer noch vor der Pommes. Darauf der Pommes. Ne, da am Target. So, Cat ist aber von oben gedeckt. Ich seh, ich bin da gerade alle ein bisschen verstreut. Kuben sucht nochmal den Weg über außen. 40 Sekunden hat man noch. Also, Rampe könnte man splitten. Sieht aber eher nach Halle aus. Ja, sie wollen nach Halle splitten. Über Main, Vorraum und über Kehrzucker. Ach, schade. Aber vielleicht hat Lord jetzt die Chance. Ach, schade. Aber extrem gut gedacht von ESC. Tja, und da steht 6 zu 1 und overall jetzt 12 zu 10. Die Führung wird und wird enger. So, diesmal was über draußen. Ne, wieder Bands. Wie viele Granaten sie da auch loswerden? So, vielleicht ein direkter Main-Go. Ne, wieder unter Cat. Also, das fällt echt auf. ESC sucht ganz selten mal den direkten Weg in die Halle. So, jetzt boosten sie wieder. Und Lord noch an der Pommes. Der muss eigentlich warten. Der darf nicht vorgehen. Achso, sie haben einen Booster abgebrochen. Okay. Trotzdem verstehe ich es nicht, was er gemacht hat. So, Lord heute ist, äh, Terce, die Steps unten. Und er sollte, glaube ich, jetzt zu ihm schieben. Oh, aber da hat er noch einen. Ah, links. Oh, Kuben ist sehr weit weg. Hat auch noch 20 Sekunden. Und der im Schacht kann natürlich auch super dann abfacken. Lord wird die Runde nicht für sich entscheiden können. Macht er auch nicht. Jetzt schon 11 zu 12. Eine Runde nur noch die, eine Runde. Führung für ESC. Wieder kein Geld. Sie sollten auf jeden Fall mal was Richtung Halle versuchen. Irgendwas faken und dann mal Halle gehen. Denn da haben sie es noch gar nicht probiert. Da haben sie schon so Flashes übers Dach und so. Aber sie nutzen sie bisher nur als Fake. Und dann haben sie es noch mal kaputt bekommen. Nico weiß ja natürlich, dass da einer runter ist. Boah, schade. Nur noch Lord. Posi ist auch bekannt. Und da ist der Ausgleich. 12 beide jetzt. Mann, 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 Mann. Als Tee überzeugen sie wirklich gar nicht. Spiele ich dann bei Indexes übrigens 13 zu 4. Jetzt probiere ich es echt mal schnell in die Halle. Nette Fleisch von Tess. Habe ich so auch noch nie gesehen. Bodo-Spieler stirbt. Ein Deo macht auch noch einen. Halle somit offen. Also kaum probieren sie es mal in die Halle zu fahren. Holen sie hier die Runde. So, und da war es noch ein SMF, der ist unten. Der wird dann nichts mehr machen können. Nette Fleisch von Tess. Kann man noch auf jeden Fall aus 1.6. Natürlich ein bisschen anders da, aber sind schon Parallelen da. Somit wieder die ganz, ganz dünne Führung bei ESC. Hundela kann er auch hier legen. Was ich jetzt vielleicht anbieten würde, ist eine Halle-Rush-Fake-Rampe-Go. Oh, sie scheint es einfach nochmal zu spielen. Oh, die sollen wir jetzt aber gut geblockt von Molly. Oh, Herden. Mit ersten Frag. Oh, noch Clave an der Rampe. Oh, jetzt sterben sie wieder alle einzeln. Oh, nur noch Tess. Ui, der hätte eine zweiten bekommen. Oh, dann kriegt der immer mehr Spielhits. Oh. Boah, kommt der tatsächlich noch zum Planten? Nein, ich glaube, der hat abgebrochen. Schade, Mann. Oh, und jetzt wird der sterben. Vorraum kommt schon. Ja, keine Chance. Schade, er hat ja mal durchgezogen beim Plant. Hätte ESC jetzt noch ein bisschen mehr Geld gehabt. Denn so rosig sieht es nämlich nicht aus. Wobei, gut, Tess kann legen, also es reicht noch. Dennoch, 13... 13, 13. Also wieder Ausgleich. So, nette Smokes außen. Landen die vor der Main. Da außen nicht gut gedeckt. Doch, mit Niko. Klar, dass er wieder durchgeht. Schade, dass da die Smokes nicht so weit sind. Aber wir müssen das gesehen haben, dass eine unten ist. So, Pasha jetzt zu hell an der Treppe. Geht das... Teil aber nicht ein. Boah. Schöne Hits durch die Smoke. Pasha! Mann, 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 Mann. So, jetzt der Rampe-Split. Pasha spielt gerade nur noch auf sich selbst gestellt. Wieder links einer im Fenster. Und ESC baut um. So, Lot hat da gemerkt, dass er nichts hinterher pusht. Boah, sehr schön. Das ist, glaube ich, Pasha rausgezogen. Nein, gegen Cat. Boah, Kug macht leider keinen Frick da am Schacht. Und nur noch Lot. Gegen zwei. CT Schacht macht er. Und nur noch Glaive. Wo ist der? An der Tür, glaube ich. Ja. So. Lot hat ihn gehört. Lot hat eigentlich den Vorteil jetzt. Der rechnet aber nicht mit Pommes in. Hallo, Lot! Boah. Alter, Mann, wie knapp. Ein HP. Boah, wie unverdient das eigentlich war von Lord. Das war halt mal pures Glück. Er hat überhaupt nicht gerafft, dass er irgendwie Pommes ist. Er ist komplett irgendwie auf die Tür konzentriert. Und wäre da fast noch gestorben. Aber ein bisschen bei Pech hätte ESC die Runde wieder abgegeben. Draw immer noch weit weg. Eine Runde noch brauchen sie. Aber ESC hat immer noch was im Petto. Bisschen gebankt von Lord. Und der Welt kontaktent sich schon Rampe vor. Oh, sehr schön. Boah, schöne Gegenfläche von Boah, Gegenkuben. Krass, wie blind der da war. So, jetzt sind sie schon unten. Müssen wieder Fenster aufpassen. Ne, da war einer oben. Boah, Neo. Was macht Tess? Was war das denn? Das ist also, was seine Maus gerade an und wieder abgesteckt hat. Und schon wieder der Ausgleich, Mann. 14 zu 14. Das ist ja so spannend wie gestern gegen Waiky. Da hat es ESC nicht unbedingt verschenkt. Baiky war ja auch gar nicht so schlecht. Aber das Spiel verschenkt sich schon ein bisschen, finde ich. Boah, sie überlassen hier echt Coben-Haken-Wolfs' Draw. Und lassen es hier aber wirklich auf die letzte Runde ankommen. Sie sehen hier keinen Sinn darin, irgendwie kampfhaft auf Sieg zu spielen. Tess, wenn man Rampe da durch ist. Tja, dann wurde bestraft. Trotzdem nur noch Coupen. Und zwar mit Bombe auf dem Rücken, aber keine Waffe, kein Equipment, keine Weste. Gegen vier. Drei davon mit 100 HP. So, da hat ESC mal das Draw abgegeben. Und jetzt kommt es drauf an. Sieg oder unentschieden für die Wolves. Kumpen auch noch mit Diegel. Das sieht aber wieder nach ihrem Fake-Go aus. Glaive hat Hits bekommen. Also was auffällt, ist zwar nett, dass ESC Banks versucht, aber wirklich erfolgreich waren die jetzt bisher noch nicht in dem gesamten Spiel über, wenn sie es denn mal gemacht haben. So, für was entscheiden sie sich? Sieht wieder nach Rampe aus. Da müsste SMF stehen. Halle fake diesmal, aber diesmal gehen sie auch welche rein. So, Lord mit dem Refake. So, Neo kommt unter Cat. Ganz wichtig. Der hat den Gegner gesehen. Oh, ganz wichtig für Neo. Zusammen mit Lord. Kann Neo hier das Draw machen und es zieht dann nach außen nur noch Unterlahen der Main. Bombe wird gelegt. Neo oben. Schöne Position. Lord braucht da eigentlich gar nichts machen. Nur zusammen mit Neo rumziehen dann. Man, Neo ist so abgeklärt, der würde das auch allein... Oh! What? Oh, Lord rettet mal wieder. Mann, Mann, Mann. Das nächste Draw für ESC in dieser... ...Liga, in diesem Turnier. Okay. Okay.